und hallo herzlich willkommen zu einem neuen video und ja wie ihr schon seht wir sind heute ein world of tanks unterwegs wir spielen heute mal ein zwei runden vielleicht auch drei mal gucken wie es so aussieht von der zeit her spielen heute mal ein bisschen world of tanks so einfach normales gefecht und ja gucken wir mal wie es läuft wie gut es ankommt und ja bin mal gespannt ob es heute klappt oder nicht ob heute ein paar wins holen oder nicht und ja mal gucken wenn es gut ankommt machen aber ich bin mal auf jeden fall gespannt ob es läuft habe ich auch schon ein bisschen eingespielt heute aber nicht so richtig und ja also man kann sich nicht so richtig einspielen der gar weil manchmal der gefühl die runde nach zwei minuten verloren manchmal gefühlt gewonnen nach fünf minuten ja das ist schon nervig ja ja nicht auf den berg fahren so wer verpackt kapierenden ist hier mal ich halte mir ist es gleich gegnerin vor so wird das ständige nach vorne müssten zumindest gleich jungen da kommt der erste ja der wird wahrscheinlich außen rum fahren oder hat gesessen doch und da kommt die alte und da kommt er oh digga der war schön alter schön durch die ketten der hat gezogen die haben unsere panzer zerstört welchen denn auch in jedem mit dem ich gerade einen kühl gemacht naja 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 jetzt seid zwar oder nicht bin mir unsicher ja tollerie die hat uns gefühlt ja hinten hinter uns hinter uns hinter uns nein der stein ist nicht oh mein gott der war schön drin was der war drüber kacke jetzt ist er am stein oh 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 komm komm noch ein stückchen noch ein stück hä stimmt doch gar nicht na komm krass 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 von der seite alter jährenlos digga ich habe zu lange zögert wahn scheiße komm er hat die nase voll so erstmal nach hinter oh mein gott der nächste krass digga so ne scheiße oh oh mein gott digga der war sauber durch alter schön in der Ölwanne reinge zu machen digga der war schön durch schön in den fahrer rein digga das hat gesessen alter das hat gesessen das problem ist nur wir können die halt hier nicht hoch gehen ne oh jetzt jetzt was what digga er ist einfach voll vor die kette gegangen tschüss eh digga wer soll auf uns zielen außer alter digga manchmal verstehe ich genau so aah man die gesamte verwendete artillerie wurde ausradiert wie auch immer der gegner hat uns im Visier die verwendete Fahrzeug ausgefallen äh naja ja digga ich bin gefühlt der einzigste der hiervon hält ja ich bin einzigste der hiervon hält digga lol tschüss ok es sind nur noch zwei Gegner der fach denn wir schaffen das oh kann ich ihn von hier an visieren oh oh hä digga ich hab's euch gesagt ich hab's euch gesagt digga er er digga ich hab hier in 1000 pro 1000 pro hab ich ihn hier vorne vor's Rad geschossen ne ich sag's euch digga 1000 pro hab ich ihn vor's Rad geschossen nein er hat nicht annähernd gezählt der Treffer genau digga in 1000 Jahren zählt der Treffer nicht digga wenn sein verdammte scheißpanserung geschlagen ist aber er zählt digga ich weiß ich hab jetzt grad schluss geredet aber digga ich hab ihn 1000 pro so fett einen reingedrückt digga manchmal verstehe ich dieses System nicht es zählt einfach ein fucking Schuss nicht digga ja oh mein Gott digga zwei Schüssel die eigentlich drin gewesen wären nicht drin natürlich aber ich verstehe es vorher wirklich nicht digga es war eindeutig drin ne der eine der war wirklich schön zwischen Kette äh zwischen Rad halt ne wirklich zwischen der Kette und halt zwischen ja der war eigentlich schön ich bin direkt neben der Kette eigentlich rein platziert worden naja ich verstehe es nicht ob der Typ ein ewiges Leben hat oder was keine Ahnung das war auf jeden Fall ein richtig lol digga was der jetzt abgezogen hat bin mal gespannt ob hier die Runde besser läuft so gucken wir mal naja ein deutscher ein deutscher ein deutscher ein was weiß ich und das weiß ich auch nicht wahrscheinlich Franzose oder ne japaner das ist japaner und das hier ist russer oder? russer ja ja sowjet sowjet das ist nochmal ein deutscher das ist nochmal ein deutscher moin einfach nur deutsche das ist auch ein deutscher easy und noch ein russer moin ha digga so würde ich sagen fahren wir hier rum mit den anderen und bilden wir hier einen Panzerkorn steb 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 rot nein 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 nein��요 kom 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 okay rumah oh Oh, der war schön an der Panzerung vorbei, natürlich. Natürlich schön an der Panzerung vorbei. Ha, Digger. Nicht einen Schuss zu kommen. Oh, der hier, der will Beef. Oh mein Gott, Alter. Er wollte noch schnell schießen, aber ich hatte ihn. Oh, der ist wirklich schön an der Panzerung vorbei. Digger, ist das ein ernst, ein fucking ernst, mate? Digger, er muss sich durch die verdammte Schleppel hier durchzwängen, ja? Ah, Alter. Digger, das ist so ein richtiger Ego, Alter. Oh mein Gott. Vor uns, Digger, den habe ich gar nicht registriert. Warum will er den nicht fahren? Digger, ich bin voll im Rückwärtsgang, er will den nicht fahren. Hilfe. Ich bin auch schon verloren, Digger. Okay, wir verschwinden. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich habe Kommi. Ah, verwendet, verwendet. Ihr habt uns entdeckt. Natürlich haben sie uns entdeckt, Digger. Das ist der einzigste hier. Oh mein Gott, wie konnte der einfach vorbeigehen? Alter, wie ging der denn nur vorbei, ne? Ich frag's mich, Digger. Hä, wie ging der vorbei, ne? Alter, ey, Junge. Manchmal hasse ich echt die scheiß Steuerung, Alter, in dem Spiel. Weil, Digger, du zielst direkt auf den Gegner, ne? Du tust nur einen Millimeter am Stick berühren, Alter. Boom, Alter, das ist auf einmal fünf Meter verrutscht, das scheiß Ziel, ne? Digger, da könntest du deine Decke springen. Oh mein Gott, ey. Digger, das gibt's nicht. Ah, und dann noch null XP, das hier, Digger. Ach, Mann. Kloster, uh. Ich glaube, die Map habe ich noch nicht gespielt. Oder? Ne, die habe ich noch nicht gespielt. Bin mal gespannt, ob die läuft. Noch ein letztes Match, und dann war's das schon wieder. Digger. Aber ich weiß selber, dass ich noch nicht so gut bin in dem Game, aber... Ja, wie soll man sagen, Digger. Ist auch verdammt heavy, Alter, überhaupt richtig gut zu spielen können. Wenn man jetzt so nochmal angefangen... Also, wenn man nochmal angefangen hat, ne? Ewigkeit nicht gespielt, Digger. Ich glaube, ungefähr ein halbes Jahr ist es schon wieder her, dass es gestillt hat, aktiv. Aber ich habe halt wirklich so komplett neue Anfragen gehabt. Zwei russische Panzer, würde ich sagen. Vielleicht. So, gucken wir mal. Wie weit vorwohlen wir können. Ich würde sagen... Wie weit vorwohlen wir können. Wer positioniert uns? Genau. Hier vorne bei Lübe. Das ist ein strategischer Router-Punkt. Fürs Erste. Gucken wir mal ein bisschen lupi, lupi, lupi vorne. Da oben ist kein Gegnerchen. Gucken wir mal... Oh, oh. Oh, der saß. Digga, der saß. Der saß noch mal. Geil, den haben wir, Alter. Zwei Schüsse. Der will von hinten kommen, glaube ich. Oh ja, der will von hinten kommen. Oder auch nicht. Bastard! Leute. Oder war das Mate? Der Gegner hat uns im Visier. Der Lauf! Weg los! Digga, das Nachladen hat irgendwie komisch etwas gefühlt länger dauert. Oh, ich glaube, wir haben... Was? Loy. Wobei, der Typ ist noch so schlecht wie ich. Nein! Ja, ich bin so weit rechts. So weit links, meine ich doch. Recht, rechts. Digga, links. Oh, der saß, Alter, schön durch. Jetzt reine. Rein, die Olga. Gut, Alter. Das ist doch eine gute Runde zum Abschluss. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen risky, natürlich, da reinzugehen, so hart. Mist. Der war vorbei. Aber wir können noch von hinten kommen. Der fährt nach vorne. Oh mein Gott, Alter. Der war durch, Alter. Ja, hier haben wir... Das meinte ich jetzt, kann ich mal kurz zeigen, ne? Ich habe genau, also quasi umgedreht, ne? Ich habe ihn genau hierhin geflankt, dem anderen. Ich habe den wirklich genau hierzwischen geflankt. Genau da, wo ich jetzt ins Ziel. Genau da habe ich ihn hingeschossen bei dem anderen. Digga. Eben der Runde. Ich weiß nicht, warum das nicht gezählt hat, Digga. Der war richtig schön dazwischen. Vielleicht durch die Schräge. Gut, da könnte es wirklich abgelenkt worden sein, der Schuss, aber... Digga, da glaube ich nicht dran, oder? Digga, das war schön positioniert direkt drauf. Oh, die Antellerie wurde spottet. Gut, die holen wir uns schnell. Ja, da wird schon drauf geballert sogar. Ja, der ist schon futsch. Jo, das war's für die. Jetzt haben wir da drüben noch die beiden, dann war's das. Bei uns ist leider die Kette beschädigt, Digga. Das dauert natürlich. Ah, wir haben schon abgeräumt, Digga. Das letzte Match, Alter, und es läuft, Mann. Digga. Das war natürlich jetzt, ne? Easy. Digga. Krass, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass die letzte Runde noch so gut läuft, ne? Die letzte Runde macht's. Der Videotitel, Alter. Die letzte Runde macht's. Digga. Aber echt, ey. Läuft. Naja, gut, die Belohnung hätte besser ausfallen können. Nein. Nächstes Gefecht wollen wir doch nicht. Ja. Ja. Ja, wollen wir nicht. Ja, auf jeden Fall, Leute. Das war World of Tanks. Mal ein bisschen eingespielt. Und wie man sieht, ein bisschen eingespielt, schon läuft's, ne? Also, ich muss sagen, war schon nicht schlecht. Die letzte Runde war schon immerhin etwas entspannter und gechillter. Auch etwas besser, so kann man sagen, schon vom Gameplay her. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ne? Wie es so wird. Und, ja, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin, hau da rein. Wohl eher im nächsten Video, denn ich plane fürs nächste Mal ein Battlefield 5 Gameplay. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch aufnehmen tue oder nicht. Weil, naja, ich... Egal, ich will auch noch ein bisschen Freizeit haben, sag ich mal so. Und, naja. Hau da rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß mit World of Tanks. Und das nächste Video wird dann um Battlefield 5 so ein bisschen wieder gehen. Ein bisschen Gameplay nach dem Update, was jetzt rausgekommen war, diesen Monat. Und deswegen können wir noch ein bisschen reinzocken. Auf jeden Fall, haut rein, Leute. Viel Spaß und ciao.